Herzlich Willkommen! Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Matthias Mühelichen zu Ihnen, Gemeindeleiter der Freien Christengemeinde in Teterow. Jesus sitzt auf einem Esel und zieht in Jerusalem ein und löst einen Hype aus. Massen kommen und wollen ihn sehen. Wird er der neue König in Israel sein und Frieden schaffen und die Herrschaft der Römer beenden? Laut hallen die Rufe durch die Straßen, dass Gott den Nachfolger Davids segnen möchte, so umschrieb man damals diese Ambitionen. Es war ein sagenhafter Aufbruch, den Jesus hätte nutzen können. Aber er tat es nicht. Tage später endet er am Kreuz. Nun, es war nicht das Ende. Es ging weiter mit Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten, Begebenheiten, die die Grundlage der heutigen christlichen Kirche bilden. Dieser Werdegang ist nicht so leicht zu verstehen, aber es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen. Am Anfang seiner Laufbahn wurde Jesus vom Satan versucht, lesen wir in der Bibel. Der Satan versuchte, Jesus an drei Stellen zu fassen. Jesus war hungrig und sollte sich selbst helfen, indem er Steine zu Brot machte. Jesus aber wollte von den Worten Gottes, seines Vaters satt werden. Dann wollte der Satan, dass Jesus berühmt wird, indem er gehalten von Engeln von der Tempelzinne hinuntergleitet. Das hätte damals den Wert gehabt, wie heute in heutiger Zeit die Krönung von Charles III. demnächst im Fernsehen. Aber Jesus lehnt ab, weil er in seiner menschlichen Erscheinung und Wirkung als der von Gott gesandte Messias erkannt werden wollte. Schließlich zeigte der Satan ihm alle Reiche der Welt. Er würde Jesus zum Weltherrscher machen. Allerdings hätte sich Jesus dafür dem Satan unterordnen müssen. Auch das lehnte Jesus ab. Er wollte keine Unterordnung der Welt. Es sei denn, die Menschen ordnen sich ihm freiwillig unter, weil sie in Jesus das gute Wesen und die Liebe Gottes des Vaters im Himmel erkennen. Nun am Palmsonntag war die Versuchung wieder da. Die Zeit zur Übernahme. Jesus hätte König werden können. Die Menschen standen auf seiner Seite. Mit ein paar flankierenden Wundern, einer Brotvermehrung wie schon mal für 5000 Menschen. Jetzt hätte es schnell gehen können und müssen. Wie damals in der Versuchung durch Satan. Und wie damals widersteht Jesus diesem Gedanken. Stattdessen stört er den lukrativen Handel im Tempel, statt die Händler auf seine Seite zu ziehen. Er sah im Tempel einen Gebetsort, wo die Menschen die Beziehung zu Gott suchen sollten. Und wieder legt er sich mit den damals einflussreichen religiösen Parteien an, statt Bündnisse zu schmieden. Als er dann am Kreuz hängt, verhöhnen sie ihn, dass er zwar anderen geholfen hat, aber sich selbst nicht helfen konnte. Als er dann rief, es ist vollbracht, war nicht einfach sein irdisches Leben zu Ende, sondern es war der Beginn, dass es über nunmehr 2000 Jahre seine Nachfolger gibt, die in seinem Geist leben. Eine nie aufhörende Bewegung. Warum hat Jesus auf alle Vorteile und grandiosen Angebote verzichtet? Weil das Reich Gottes nicht mit menschlichen Maßstäben erfasst und schon gar nicht errichtet werden kann. Es geht eben nicht um Cleverness, Politik, Diplomatie, Geld, Macht, Einfluss, Ehre und so weiter. Damit kann man bei Gott keine Punkte gewinnen. Diese Kriterien sind alles andere als nachhaltig und erzeugen eher Leid. Die Geschichte zeigt, dass damit ein selbst prognostiziertes tausendjähriges Reich schon nach zwölf Jahren am Ende ist. Aber es wird ein Reich geben, das im Sinne und in den Werten Gottes sinnbildlich tausend Jahre bestehen wird. Das lesen wir als Verheißung in der Bibel. Wenn wir heute an die menschliche Sehnsucht nach schneller Freiheit und angenehmen Leben ohne Kosten denken, so ist es eine Versuchung, ein Trugstoß. Und Jesus gab diesem nicht nach. Wir können uns aber mit Jesus auf den Weg machen zum Kreuz, wo wir unsere menschlichen Erwartungen verlieren angesichts des Todes von Jesus. Aber wo wir mit ihm mutig weitergehen können und wir kommen zur gewaltigen Kraft des Lebens, der Auferstehung Jesu von den Toten und von dort bis zu Pfingsten, wo Gott uns seinen Geist anvertraut, um im Sinne, im Charakter und der Kraft von Jesus zu handeln. Es ist eine wirkliche Erfüllung, nachhaltig für die Menschen um uns herum und wirksam weit über den Tod hinaus. Gott schenke uns dieses Leben jeden Tag neu. Amen. Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Tetro. Haben Sie Rückmeldungen oder seelsorgerliche Fragen, Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 03 996 188 9996. Bleiben Sie Gott befohlen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020